Das ist nicht das, was sie getan haben. Es ist wer sie sind. Sie sind meine Familie. Aber ich will sie nicht abhängen. Ich verstehe es nicht, aber sicher. Andrew, nicht länger. Wie kommen wir? Wer ist das? Hat das ein Auto? Ich verstehe. Hey, da. Du bist aus Noctis. Du siehst nicht wie ein Merchand. Ja und nein. Hier auf einem privaten Fall. Du kennst die Unterwerks? Gut, genug. Auch hier gibt es regeln, die uns zu gehen in bestimmte Teilen der Stadt. Aber in diesen Tunnel werden sie weniger als Technikale. Ich schaue nach der Technomancer. Es gibt eine Entrennung in der Krippe, aber ich weiß nicht, wie es da ist. Ja, ich kann euch zeigen, dass die Tunnel unter der Sorge ist. Einmal in eine Zeit habe ich mich über die Merchandise durchgeführt. Ich erinnere mich über ein paar magische Gäte da unten. Ich glaube, dass es die Art von Gäte nur deine Art kann öffnen? Ja, ich habe ein paar von denen in meinen Reisen. Ich zeige euch auf einen Moment. Hör gut. Mit der ASC kann ich mich schon ausgehen. Mit der Saubande. Eine Werkbank. Eine Sturmhäuschrecke. Ja und? Wie komme ich auf? Ich komme wahrscheinlich. Da hinten öffne ich auch. Da würde ich mal sagen. Oder da öffne ich. Stufe 1. Ja, das kann ich doch. Ja. 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 Das ist eine Sturmhäuschrecke. Kann ich sein. Oh Gott. Die freut mich ja gar nicht. Und da hinten ist die Große. Die ist Luder. Wo schaut er aus? Hau es um. Wohnung, keine Panik. Damit haue ich schon Erfahrung mit den Kreaturen. Au. Serum. Stufe 1. Ja gut. Wo ist es sonst geh? Jetzt bin ich von da gekommen, oder? Schaut sich mal. Das hat jetzt gehen wir. Jetzt gehen wir. Da führe ich. Schon, oder? Ja, was ist denn da los? Ja, wenn es weiter geht, dann steigen wir bald wieder auf. Stufe 2. Ja, ganz gut. Gut. Und? Der gleiche Scheiß. Wobei. Ein Schild. Das kann ich verschieben. Ja, geh weiter. Schick dich. Oh, wer denn ist da? Wegfreit sie nicht. Das hätte mich aber auch gewundert. Wurde. Wurde. Das hat er wahnsinnig getusen. Nein. Wer schießt denn da? Sieh da unten. Das war unser gefährlicher. Ja, und zwar sind tot. Also kein O-Money. Na gut. Geht doch heim mit dem Schüttler. Okay, Kumpel. Wir zwei noch. Ja. Ja. Bum, hat er retten. Soldatenbeine schienen. Nehm mit. Streitkolben. Eine schwere Überflusssoldatenuniform. Die könnte ich eventuell brauchen wie die anderen zwei. Aber die brauche ich nicht. Pass auf. Jetzt mach ich mal. Pass auf. Ausrüsten. Ausrüsten. Nische hat die Offiziersuniform. Und die kriegt jetzt. Je, du sagst das. Plus 13. Moment, dann haben wir noch. Eine Röberhose. Beinschienen. Kriegt er's. Und der Andrew. Der kriegt jetzt. Kriegt er's. Kriegt er's. Händlerhose. Röberhose. Die ist besser. Kriegt er's. Die Händlerhose. Weg damit. Das ist Klump. Das ist klump. Ach so. Das ist ja Nachhosen. So gut. Nein. Die wickert. Nein. Mein Gott. Umständlich. Wittert. Jetzt sind die ein bisschen besser gepanzert. Stufe 3. Der Kontakt auch da hinten ist er. Das heißt, ich renne mal. Ich ruhe raus, gell? Immer grot aus. Ja und? Wurter Kontakt. Rechts an mir. Ja. Ja. Der möchte doch die Schmuggelware haben. Au. Au. Wer denn ist der? Da haben sie einen Gorilla. Ey so mein. Lass meinen Fremd in Ruhe. Au. Der gefährliche Hund dir. Nicht schau. Wie schaut denn aus? Tufe 2. Respekt. Jetzt geht's auch richtig vorwärts. Eine leichte. Nein. Eine Soldatenbrustplatte. Ist die gut? Nehmt. Brauch ich nicht. Herbedarf. Neue Fähigkeitspunkte. Den wir investieren mal in den Garner-Stil. Das hab ich schon. Upgrade von Rollen. Erhöht den Schaden von Dolchen um 10%. Nehmt. Meine Schottnäck. Und da erinnert. Pass auf. Na warte mal. Stärke. Gewandheit. Mehr Regeneration. Regeneration. Neckte Punkt bei Stufe 25. Mein Gott. Der dauert ein bisschen. Ja, bitte. Was sagt der jetzt? Die heiße Ware. Da vorn. Das war Stufe 3, oder? Ja gut. Wer wäre denn das da? Der Kontaktmann. Sonst kann er da. Moment. Okay, überzeugt. Okay, überzeugt. Das war's für dich. Die Wahrheit ist, sie sind nicht nur rumorens. Unsere Informer hat uns niemals vorhin nicht geblieben. Du solltest dich vorsichtig sein, Mannsir. Sehr vorsichtig. Oh, noch eine Sache. Du solltest die Verhandlungen kommen. Und ich weiß, du willst, ob ich ein Schilder bin, und das sind wirklich nur Pigments. Es ist besser, dass du nicht zu tief in der Lage bist. Es ist sicher für alle. Wenn was sie sagt ist wahr, und es gibt eine gute Chance, dass die ASC nicht das infiltraten, was sie sind. Ich muss wissen, wer sie sind und wo sie sind, damit wir sicher sind. Zack, was passiert, du musst mir sagen, dass Noctis nicht in die Hände dieser Schilder werden. Wir machen, was wir können. Und ich bin sicher, Dandolo ist nicht der Typ, dass sie einen Schilder verlieren. Dann werden wir alle zusammen kämpfen. Ich liebe es, dass die ASC nicht in den Weg sind. Es ist nur ein schuldiges Gefühl. Wie wissen, dass deine Haare ist infestiert mit Cockroaches oder Rats. Die ist schon immer cool bleiben. Die Raten können wir da quetschen. Pass auf, ich teilschrecke. Sind die zwei große? Na gut. Die Sonne ist tot. Okay, Leute. Jetzt schauen wir noch. Deine. Respekt. Stufe 2. Eine Gesundheitinjektion. Kann man immer brauchen, gell? Die Schmuggler da vorne. Soll ich noch mal umschauen? Beide auf. Ich schau noch mal nach. Da geht ja noch was. Und Feuer frei. Die Herren Schmuggler. Wo waren denn die? Da vorne um sich. Die war da vorne um sich. Guck. Was haben wir da? Die Zecke. Nicht was gehabt. Ja, die Schmuggler sind tot, gell. Da war ja nichts mehr. Schaltreif. Ja, der zeigt genau da her. Da ist aber nichts. Müsste dir da sein. Okay. Jetzt werden wir mal rausgehen. Jetzt weg. Ich glaub da draußen der Teufel los ist. teilz смотрen sie. Also um und mine. Nervousue, 200 dollar Untertitelung des ZDF, 2020